Ja, zweiter Teil nach der Pause. Ich musste einfach mal nach dem Stündchen meinen Kaffee trinken runterkommen. Der redet ja nur unsinniges Zeug und framet. Und hier war es mal nötig, in die Pause zu gehen. Aber lass uns mal weitermachen. Also so wie ich das sehe, werde ich das Ding definitiv in zwei Teile teilen. Jeweils eine Stunde, denke ich. Ich weiß jetzt noch nicht, wie lange das jetzt noch gehen wird. Ich habe jetzt noch 20, 30 Minuten vor mir. Oh Gott. Und dann, ja, gucken wir mal, wie wir rumkommen. Also da werden bestimmt zwei Teile draus. Habt Spaß dran. Schaut es zu Ende vor allem. Lasst ein Like, ein Kommentar, eure Meinungen. Und dann starten wir jetzt in den zweiten Teil. Gehen Sie, he? Bum, gleiche Bum. Danke, haben Sie geklopft. Bausparvertrag kaputt, aber mein Leben ist gerettet. Dankeschön, im Ernst. Guck mal, anklopfen sieht so aus. This is how the Israeli military is warning Palestinians of an pending missile strike in Gaza. Ja, und vorher SMS und Anrufe. Ja, wow. SMS und Anrufe. Übrigens in zehn Minuten bauen wir dein Haus weg. Macht Sinn. Danke, dass du mein SMS geschrieben hast. Aber ich habe jetzt kein Haus mehr. Ich bin obdachlos. Cool. Das ist das Dachklopfen. Um dem Hinweis, dass hier gleich, weil hier irgendwo etwas von der Hamas ist, das Ding in die Luft gejagt wird. Und deswegen steht hier auch diese Kamera. Also diese Aufnahme ist ja nur möglich, weil man wusste, da passiert jetzt in den nächsten Stunden etwas. Da konnte man also hinfallen in aller Ruhe, eine Kamera aufbauen und die Zivilisten sind schon alle weg. Und das ist so die letzte Warnung. Bitte. Das ist doch das, was er gerade gesagt hat. Danke, dass du mich gewarnt hast, aber meine Immobilie ist im Arsch. Du framest es wieder. Es geht nicht darum, dass die Warnung passiert und dann die Leute da weggehen können. Es geht darum, dass die Warnung passiert und dann Wohnhäuser zerstört werden. Kapierst du das nicht? Bist du nicht in der Lage, das zu verstehen? Und außerdem können sie ja dann damit, wenn sie Stunden vorher anklopfen und auch noch Stunden vorher warnen, bevor sie anklopfen, gar keine Terroristen fangen. Ist dir das nicht klar? Also es ist eine Terroristenhochburg. Da wird vermutet, dass Terroristen da sind. Ich sage als israelische Regierung oder als Militär, Junge, verpiss dich da. Wir bombardieren dieses Haus. Wir geben dir zwei, drei Stunden Zeit, damit du deine Zivilisten da rauskriegst. So, und dann rennen natürlich auch die Zivilisten, also nicht nur die Zivilisten aus diesem Haus raus. Wenn da wirklich Terroristen sind, gehen die auch da raus. Also du zerstörst unter anderem Wohnungen von normalen Menschen und gleichzeitig eine vermutete, aber nicht bewiesene Hamas-Zelle. So. Die Terroristen sind weg, die Zivilisten sind weg. Das Wohngebäude ist Schutt und Asche. Was bringt das? Das wäre so, als würde man jetzt bei Tobias Huch eine Fahndung machen, weil er mal wieder Steuern hinterzogen hat. Und würde dann sagen, ach weißt du was, scheiß drauf, wir fahnden gar nicht. Wir sagen einfach, geht aus dem Haus raus, wir wollen Tobias Huch haben. Dann gehen die alle aus dem Haus raus. Dann wird das Haus in die Luft gesprengt und das war's. Tobias Huch läuft noch frei rum, wird nicht verhaftet, geht nicht ins Gefängnis. Das Haus ist aber zerstört und die ganzen Leute, die mit ihm da im Haus wohnen, sind obdachlos. Also wer das normal findet, ist in meinen Augen ganz schön gestört. Er geht weg, wir wollen euch nicht töten. Ja, wir wollen euch nur obdachlos machen, was natürlich viel besser ist. Wir wollen euch alles wegnehmen, was ihr habt. Alle eure Besitztümer zerstören, aber du hast dein Leben noch. Ach übrigens, raus aus dem Gazastreifen darfst du auch nicht. Du bist Palästinenser. Cool. Welche Armee der Welt, ich kenne keine Armee der Welt, die mit Dach klopfen, Menschen warnt. Das macht Israel auch nur, um etwaige Anschuldigungen bei den entsprechenden Gremien zu vermeiden oder sich verteidigen zu können und zu sagen, wir klopfen doch an. Das ist der einzige Grund. Wenn es der israelischen Armee tatsächlich darum gehen würde, Hamas-Terroristen zu eliminieren, dann würden sie es anders machen. Das ist Fakt. Und man kann da problemlos Drohnen hinschießen. Wird aber nicht gemacht. Denn es wäre weniger tödlich, eine vermutete Wohnung zu durchschießen, als das gesamte Gebäude dem Erdboden gleich zu machen. Oder gezielt Menschen zu töten. So wie man das ja auch mit anderen, generell aus dem Iran zum Beispiel gemacht hat. Da hat man ja auch nicht den halben Iran in Schutt und Asche gelegt, sondern das Fahrzeug, in dem er gesessen hat. Ich soll mir nur eine nennen. Ich kenne keine. Welche Armee der Welt warnt Zivilisten? Wenn wir mal ganz ehrlich sind, seit dem 7.10. warnt da niemand mehr. Spätestens seit die Bodenoffensive angelaufen ist, wird da nicht mehr gewarnt. Und diese Art und Weise? Warum auch? Angeblich sind die ja alle im Süden. Welche Armee der Welt achtet peinlich genau darauf, dass möglichst wenig Zivilisten zu Schaden kommen? Peinlich genau. Die Hamas benutzt menschliche Schutzschilde, deswegen ballern wir trotzdem darauf. Ja, sie achten wirklich peinlich genau darauf, ja. Menschen schwenken, weiße fahren und werden erschossen. Ja, sie achten wirklich perfide darauf. Bestimmt. Was für ein Schauspieler, ey. Nur die IDF. Guck mal in sein Gesicht. Wie ein Psychopath. Nur die IDF. Genau, das war die letzte Warnung. Der letzte Hinweis. Die letzte Warnung. Für zwei Minuten. Nicht mal. Der Angriff bevorsteht. Die Kamera steht doch schon Stunden dort. Was spielt das denn für eine Rolle? Es geht um die Zerstörung des Wohngebäudes. Verstehst du das nicht, lieber Tobias? Also. Minimum drei Stunden. Minimum drei Stunden hat man Zeit. Ja. Ist aber sehr, sehr schwierig, weil schon ganz viele Menschen alleine durch die Scheiße anklopfen sind getötet worden. Natürlich. Das stimmt doch nicht. Stimmt doch auch gar nicht. Beweis das Gegenteil. Nicht quatschen, beweisen. In dem Beispiel, was wir hier gesehen haben, war die Druckwelle ganz schön groß. Das ist auch Unsinn. Ja, ja. Immer wenn irgendwas negativ auf die IDF fällt, ist es Unsinn und falsch und Framing und was dir nicht so alles einfällt. Ja, wir wissen das. Israel hat Existenzrecht. Ich bitte, es gibt überhaupt keine Diskussion. Aber in welcher Grenze? Welche? Guck mal, das ist Israel. Nein, das ist Israel. Yes, Israel. Gib mal diese auch Israel. Die IDF hat Krankenhäuser bombardiert. Kranken. Wer? Wann? Wo? Ist der dumm? Man hat ja jetzt gerade gefragt, wer? Wann? Wo? Von Oktober bis Januar. Das Ali-Krankenhaus zum Beispiel, was du ja vorhin als Beispiel genannt hast. Nachdem dieser Vorfall gewesen ist, der falsch war, hat Israel dieses Krankenhaus in Schutt und Asche gelegt. Es ist nicht mehr benutzbar. Es gibt 48 Krankenhäuser in Gaza, davon funktionieren nicht mal mehr 13. Wie kann das sein? Aber bestimmt die haben er selber, ne? Und Krankenhäuser bombardiert. Also geschützte Krankenhäuser. Häuser, Chokai. Israel-Prikenminister hat heute gesagt, und ich quote, die Intelligenz von multiple sources hat gesagt, dass es der islamische Jihad ist responsible für... Das Al-Ali-Krankenhaus. Al-Ali-Aba-Pist-Krankenhaus. Also, was? Wie bitte? Lass das doch mal zu Ende laufen. Du empörst dich jetzt schon, ohne dass da in irgendeiner Weise zu sehen ist, worauf er hinaus will. Es gibt keinen, es gibt keinen mehr, der ernsthaft behauptet, damit hätte Israel was zu tun gehabt. Guck mal, wie dumm dieser Mann ist. Oder wie manipulativ. Kannst du jetzt auslegen, wie du möchtest. Der Vorfall, der, das stand doch da sogar gerade, hier, wenn du mal zurückgehst. Da. Er hat gesagt, dass der islamische Jihad für den missglückten Raketenabschuss verantwortlich sei. Es steht doch sogar da drin, und er versucht es trotzdem noch zu framen. Merkt ihr nicht, wie manipulativ das ist? Das ist Bullshitting. Aber sowas von. Vor allem, er lässt ja auch nicht, nicht, äh, erstmal weiterlaufen, um erstmal zu verstehen, worauf man überhaupt hinaus möchte. Es steht eindeutig in der entsprechenden Übersetzung, und man kann es auch auf Englisch hören. Und er sieht nur, oh, Al-Ali-Krankenhaus, da kann ich jetzt wieder reinframen. Al-Ali-A-Baptist-Krankenhaus, Entschuldigung, also, was? Wie bitte? Es gibt keinen, es gibt keinen mehr, der ernsthaft behauptet, damit hätte Israel was zu tun gehabt. Das hat auch niemand gesagt. In der Übersetzung steht es auch entsprechend drin, und du kannst es auch in Englisch hören, dass das niemand gesagt hat. Du lügst hier gerade. Und du framest gerade. Und du manipulierst gerade. Wieder mal. Selbst Human Rights Watch. Selbst Human Rights Watch. Eine NGO, die so umstritten ist. Ja, eshoffier dich. Die so antisemitischen Unsinn von sich gegeben. Ja, nur weil sie gegen Israel ist. Wenn man gegen Israel sagt, dass sie Scheiße bauen, dann ist man gleich ein Antisemit. Ja, fuck you. Eben hat in den letzten Jahren. Selbst die sagen, es war nicht Israel. Das hat da auch niemand gesagt. Du eshoffierst dich hier völlig ohne Grund. Israel ist unschuldig. Schauspieler. Selbst die sagen es. Die haben es recherchiert. Ja. Die hatten Leute vor Ort. Geil. Selbst die Hamas gibt es zu. Die haben sich ja sogar in Telefonaten darüber unterhalten. Natürlich wollten die das nicht. Ja, bist du jetzt fertig mit der Beweihräucherung, dieser Falschmeldung? Boah, ist ja furchtbar. Natürlich wollten die das nicht. Ganz schlimm. Ich bin nicht mal gespannt. Er muss das jetzt aufklären. Ich hoffe es. Auch geil, ne? Er guckt es sich nicht zu Ende an. Framed es in einer schauspielerischen Art, die eine Goldenebenbeere verdient. Und dann sagt er, ja hoffentlich kleidet er das jetzt auf. Junge ey, ich verstehe nicht, wie man so peinlich sein kann und Leute dem folgen. Es ist aber interessant darauf zu verweisen, dass gestern ein Sprecher der israelischen Armee, Hanania Naftali, die folgende Botschaft verbreitete über Twitter X. Er ist kein Sprecher. Ach, das ist doch Unsinn. Nur weil er einen Schwachsinn gepostet hat. Da haben wir einen Schwachkopf. Da haben wir einen Rechtsextremisten. Einen sogenannten Zionisten. Eine Terrorbasis der Hamas in einem Krankenhaus in Gaza getroffen. Zahlreiche Terroristen sind getötet. Es bricht einem das Herz, dass die Hamas Raketen abschießt aus Krankenhäusern, Moscheen, Schulen und dabei Menschen als Schutzschilde benutzt. Das war zwei Minuten zu lesen auf X und Twitter. Ja, zwei Minuten. Und das war, weil er in seinem Vorauseilenden Gehorsen so einen Unsinn von sich gegeben hat. Der überhaupt nicht. Ich finde das richtig geil, dass Tobias Huch von vorauseilendem Gehorsam spricht, wo er doch derjenige ist, der seit Jahren und besonders heftig die letzten drei Monate Israel so tief in den Arsch kriecht, obwohl er mit Israel ja im Grunde gar nichts zu tun hat. Nicht eingebunden ist in das militärische System. Ja, danach wurde es gelöscht. Du kannst doch keine Krankenhäuser bombardieren. Ich bitte dich. IDF sagt, ja, war da drin, war Hamas. Hamas war da drin. IDF hat das nicht gesagt. Doch, zu den anderen Krankenhäusern schon. Du bist wieder nicht in der Lage zu differenzieren. Das ist traurig. Als möchtiger ein Journalist. Keiner von der IDF hat das gesagt. Doch. Nur halt nicht in dem Beispiel. Da sind wir uns ja alle einig. Das stimmt halt einfach gar nicht. Müssen wir das machen. Hier, im Al-Schiefer-Krankenhaus haben sie gesagt. Er löst das gar nicht auf. Muss man doch auch gar nicht auflösen. Das war doch eindeutig. Also noch einmal, um es klarzustellen. Das ist das Al-Ali-Krankenhaus. Kein Mensch behauptet noch, dass Israel etwas damit zu tun hat. Nein, für diesen bestimmten Vorfall, wo die Rakete vom islamischen Dschihad auf den Parkplatz geflogen ist, nicht. Darum ging es auch nicht. Noch nicht mal die Hamas behauptet das. Das hat hier in dem Video auch keiner behauptet. Da hättest du mal einfach den Untertext gelesen. Was? Diese Animation. Sie sagt, das ist in Al-Schiefer. Da warte ich ja bis heute drauf, dass sie diese Terrorzentrale zeigen. Guck mal, wie das da aufgebaut ist. So soll das aussehen. Und die sprechen immer nur von Tunneln. Das heißt, das Stückchen da, wo der animierte Kämpfer jetzt da durchläuft, das haben die gefunden. Aber den ganzen Kram da drunter haben die nicht gefunden. Sieht ein bisschen aus, wie ein Computerspiel. Ja, die Tunnel wurden ja auch gefunden. Ja, aber diese Hamas-Zentrale eben nicht. Aber dann, als fertig waren wir alle. Mit Bombe, mit Belagerung, mit der Schießerei. IDF hat gezeigt nur das. Leere Räume. Ein Hamas, das war. Und abgehauen. Nein, die IDF hat viel mehr gezeigt. Ich hab doch sogar die Videos veröffentlicht über die Ärzte im Al-Schiefer-Krankenhaus. Was haben die Ärzte mit dem Tunnel zu tun? Merkst du nicht, wie lächerlich du... Alter, er ist so peinlich. Er soll mein Video an sich anschauen. Das hat doch mit dem Tunnel nichts zu tun. Du hast da Facebook-Postings zusammen gesucht und gesagt, guck mal, was die da schreiben. Das war dein Video. In großen Teilen. Mit einer schlechten KI-Stimme. Das war dein Al-Schiefer-Krankenhaus-Video. Wow. Und wie viele Leute hast du gezeigt? Zehn? Das Al-Schiefer-Krankenhaus ist das größte Krankenhaus in Gazastadt. Da arbeiten bestimmt mehr als zehn Personen. Lass es tausend Personen sein. Lass es tausend fünfhundert Personen sein. Und davon sind zehn. In freudiger Erwartung der Hamas-Terroristen. Wow. Zehn. Das wäre so, als würdest du behaupten, Deutschland hat 20.000 rechtsextreme Nationalsozialisten. Deutsche. Und dann würdest du hergehen und sagen, ganz Deutschland ist voll mit Nazis. Das ist ja auch nicht der Fall. Pack dich doch mal an deinen Kopf, Junge. Alles leer gemacht. Warum waren noch Waffen da? Die BBC, Englische, hat Beweisvideos der IDF übergeprüft. This is what they found. Israel also released its own seven-minute video. Oh mein Gott, die BBC hat sich auch mehrfach dann entschuldigt. Warum entschuldigt sich die BBC, wenn die BBC das überprüft hat? That video suggests it was filmed a few hours before the BBC arrived. The BBC was shown the same room. And what we see in the two videos doesn't precisely match. For example, there's one gun in the IDF-Video, two by the time of the BBC footage. Dann IDF zeigt this video here. I can't believe I'm doing this. Das hat IDF überhaupt nicht gezeigt. Das hier, das ist doch unglaublich. Dieses Video, das hat THT veröffentlicht. THT ist ein Fake-News-Sender. Nur Lügen, nur Antisemitismus. Ja, weil es ihm nicht passt, weil die eine andere Meinung haben als er. Das alles, als direkten Antisemitismus zu framen, ohne auch nur einen Hinweis darauf zu geben, dass er das beweisen kann, ist schon frech genug. Aber je häufiger Tobias Huch und je inflationärer Tobias Huch Antisemitismus und Judenhass schreit, desto weniger Gewicht bekommt sein Gewort. Denn für ihn ist ja alles Judenhass. Alles. Wenn Menschen furzen, ist das Judenhass. Wenn Menschen gucken, ist es Judenhass. Wenn Menschen ihm darauf Hinweise geben, dass er ein Lügner ist und scheiße redet, ist es Judenhass, obwohl er gar kein Jude ist. Der soll einfach mal seinen Maul halten und die Definition mal nachlesen. Und er macht vor allem einen Bärendienst für jüdische Menschen, die tatsächlich Opfer antisemitischer, rechtsradikaler und nationalsozialistischer Angriffe werden. Das ist mit keinem Ding zu rechtfertigen. Als angeblicher, sachlicher, wissenschaftlicher und objektiver Journalist, der du offenbar nicht bist. Das hier habe ich selbst gekriegt. Das hat eine Person hochgeladen. Echt? Das hast du selber bekommen? Wann hast du denn darüber gesprochen? Wo niemand gesagt hat, dass sie in irgendeiner Weise eine echte Ärztin ist? Ich habe mir das angesehen und habe sofort gesagt, das ist fake. Ja, ja. Er hat es gesehen und sagt, es ist fake. Er. Niemand sonst. Aber er. Ich habe sofort gesagt, es ist fake. Hier, guck mal. Ist er so dumm oder lügt er absichtlich? Steht sogar in seinem eigenen Chat. Steht da wortwörtlich. Ist er so dumm oder lügt er absichtlich? Ich hoffe, dass er Tobias Hoch meint. Noch eine. Piratzune oder wie er heißt. Du lügst hoch. Das dürfte sogar auf meinem Twitter noch sein, dass ich dir gesagt habe, das ist fake. Ja, dann zeig es doch. Du gehst doch sonst immer auf jeden Scheiß und jede Internetseite. Warum denn jetzt nicht? Wo du dich doch so aufregst. Wäre doch jetzt der super Moment gewesen, auf die Seite drauf zu gehen. Ich würde ja gerne drauf gehen, aber ich bin ja bei Tobias Hoch geblockt. Ich kann also nicht. Und ich muss ja nicht hier im Video verraten, wie meine anderen Accounts heißen, oder? dass jeder Depp hat gesehen, dass die nicht ganz dicht ist. Die TV-Sende aus Frankreich, Franse 24, hat übergeprüft. So. Ja, und nirgendwo hat die IDF das behauptet. Übergeprüft. War alles falsch. Audio falsch. Akzent falsch. Farbe von Horos. Das musste man auch nicht groß überprüfen. Ich habe mir das Video einmal angesehen und habe gesagt, das ist Schwachsinn. Merkt ihr das? Ich habe das im ersten Teil schon gesagt. Tobias Hoch. Ich, 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 Das haben andere für dich gemacht. Nicht du. Jeder Depp hat das gesehen. Man wusste, man hörte raus, dass eine Audiospur drüber gelegt worden ist. Sie hat noch nicht einmal noch nicht einmal einen arabischen Akzent bei dem Englisch gesprochen. Weil Tobias Hoch arabischer Experte ist. Denk dran. Tobias Hoch spricht fließend Arabisch. Aber Tobias Hoch kann nicht mal den Marsch auf Izmir von der nationalen Hymne Türkei unterscheiden. Gibt es ein Video zu. Richtig süß. Alles falsch. Die ganze Person falsch. Das ist lächerlich. Nein, sie lügen weiter. Immer mehr lügen. Wer denn sie? Wer sind denn sie? Die Juden? Die IDF hat damit gar nichts zu tun gehabt. Ja? Das ist, Entschuldigung, guck mal, das hier wäre ein Plan von Hamas. Es war so klar, dass dieser Wochenplan dort kommt. Es ist so schlecht. Nur weil, es wird jeder kleine Fehler wird dann auf die Goldwaage gelegt. Ach, jeder kleine Fehler. Die haben behauptet, dass das ein Schichtplan der Hamas-Terroristen ist. Obwohl eigentlich, wie du es ja gerade schon bei dem Video behauptet hast, eigentlich für jeden Deppen klar war, dass das Bullshit ist. Bei den einen ist es ganz furchtbar böse und schlimm. Und da musst du dich ganz furchtbar aufregen. Aber wenn deine IDF-Freunde Scheiße bauen und lügen und irgendwelche ekelhaften Videos machen und so weiter und so weiter, wo ist das Problem? Ist das ein Kriegsverbrechen? Schmutz. Das ist so unnötig. Du bist unnötig. Aber die Verbrechen der Hamas werden überhaupt nicht erwähnt, dass die Zivilisten als Geiseln genommen werden. Ach, also die IDF macht Scheiße und Fehler. Er zeigt es, dass sie Scheiße und Fehler machen und du erwartest jetzt wirklich, dass er jedes Mal sagt, oh übrigens, da sind 1200 Zivilisten im Kibuzim ermordet worden von den Hamas. Warum? Wenn ich doch einen Aufsatz über Berlin schreibe, dann schreibe ich doch nicht da rein, wie schön es in Frankfurt ist. Was laberst du eigentlich immer für eine Kacke? Die Zivilisten in Gaza. Dass den Menschen die Medikamente weggenommen werden. Im Bunker von Al-Shifa-Krankenhaus. Dieser Daniel Hagari, das ist auch so ein unangenehmer Penner. This list in Arabic in Arabic this list says we are in a operation. Echt? The operation Überleg dir mal, was das für ein Lügner ist. Jeder, der arabische Schriftzeichen lesen kann, weiß, dass das da eben nicht steht. In einem Krankenhaus. Das das sowas sofort als dumme Aussage ist auch eben. Daniel Hagari ist nicht irgendjemand, lieber Tobias. Der lügt gerade die Presse an. Against Israel started in the 7. of October von ihm. Wo ist das denn ein Strohmann? Das entspricht der Wahrheit. Willst du mich verarschen, Junge? Ich hab noch nie so viel Scheiße gelesen, ehrlich nicht. Oh, Hagari. So, Daniel Hagari ist Marineoffizier. Das ist der Bastard, der da jetzt steht und die Scheiße labert. des israelischer Flottenadmiral. Was der am Gaza-Streifen macht, würde ich auch gerne mal wissen. was der ist, wo jeder Terrorist seine Namen und jeder Terrorist hat seine eigene Schieft, die Menschen, die hier waren. Wurde gefunden, an die Wand. Darauf soll aufgezeichnet sein, welche Kämpfer hat welche Schieft übernommen. Was? Das sind nur Wochentage? Auf Arabisch? Ja, aber das ist das Gefährliche an dem Video, dass er ein, zwei Sachen sagt, wo sie sich blamiert haben. Ich hab ja selbst mich mit einem Account des israelischen Außenministeriums mal angelegt. Das war ein Farsi, das war der Farsi-Account. Ja, zeig doch mal. So, Richtung Iran. Und die haben ein Video veröffentlicht, wo eine Geisel verschleppt wird und haben behauptet, die Übersetzung würde sagen, lasst sie, ich will sie noch vergewaltigen. Und ich hab drunter geschrieben, sorry, also mein Arabisch ist nicht das Beste, aber das Wort vergewaltigen höre ich dort nicht raus. ist nicht dein Ernst. Ey, vor allem als ob der ein Wort Arabisch könnte, ey. Alter, bitte. Wenn Arabisch ist das Beste, aber Vergewaltigung hab ich da nicht gehört. Wer glaubt dem das eigentlich? Nichts dergleichen wird auch... Guck mal, er kann kein Türkisch, kein Wort, kein Wort Kurdisch, außer Rojbash. Hör mal auf, Ghul zu fressen, wirklich. Wari, Wari. Und erzählt dann hier, ja, mein Arabisch ist nicht so gut, aber der hat vergewaltigen nicht gesagt, ja. Stimmt, vergewaltigen gehört zu den Standardwörtern, die man im Arabischen als erstes lernt. hat auf Arabisch gesprochen. Ich hab, ich hab es sogar dann nochmal über eine AI übersetzen lassen, weil ich mir dachte, vielleicht ist mein Arabisch doch so schlecht, dass ich das nicht gehört habe, aber nein. Und dann draufhin hat das Ministerium es sofort gelöscht. Jaja, klar, weil Tobias Huchte ihnen das geschrieben hat, da kommt das Wort nicht vor, löschen die das sofort. Jaja. Vor, weil sie nicht abgesprochen sind. Du bist der Geilste, Tobias, stimmt. Number one. Einfach teils auch wirklich, teils in Panik ist, weil sie halt von diesem Schock dieses Anschlages übermannt sind. Also, für mich ist das bis jetzt das Video Verhöhnen der Opfer. Nö, kein Stück. Kein Stück. Hier wird gnadenlos aufgezeigt, wie beide Seiten Desinformationen verteilen. Sowohl Israel als auch die Hamas. Und du bist nicht in der Lage, das zu verstehen mit deinen 42 Jahren. Traurig. Und dann diese Kalender. Wie nanntest du das noch bei deinen Artikeln? Die Wahrheit tut weh. Und dumme Menschen verstehen es nicht. Jetzt weißt du ja mal, wie das ist, als dummer Mensch. Anscheinend verstehst du es nicht. Ich verstehe das nichts. Ich verstehe nichts. Wenn verarschen, dann bitte richtig. So viele Leute, die schreiben gute Filme. Ein Lieblingsfilm, so einer Flug über der Guckstunest. Sehr gute Filme. IDF sind Soldaten. Nichts Schauspieler. Töten besser, als dass sie lügen. Politiker auch nichts besser. Israelische Präsident Isaac Herzog präsentiert diese hier. Das fand ich auch geil. ISIS, Al-Qaida und Hamas. Alle drei zusammen. Das lustige ist, dass es gar nichts mit der Hamas zu tun hat. Es ist das Logo des islamischen Staates und nicht von Al-Qaida. Al-Qaida Material. Wir dealen with ISIS, Al-Qaida and Hamas. This is what we dealing with. And in this material there were instructions how to produce chemical weapons. This speaks about Arson and it speaks about various chemicals that brand beschleuniger for their Molotov cocktails come out and produce chemical weapons simple as that. IDF hat gefunden am Körper von einem toten Hamas Kämpfer diese Anleitung zum Bau einer chemischen Waffe. Ich kenne das von irgendwo. Wegen dieser Lüge eine Million Menschen tot. Eine Million. Und dies ist unglaublich. Beweis von Ja, was ist denn jetzt daran unglaublich. Eschauffier dich doch mal, dass da von den USA falsche Informationen gestreut werden. Auch bei Russland und Ukraine ist ja genauso. Die lügen sich genauso gegenseitig in die Tasche, wie es Hamas und Israel tun. Du akzeptierst es nur nicht. Israel ist eine Kriegspartei, ob du es wahrhaben willst oder nicht. Völlig ungeachtet der 1200 Toten, was schlimm genug ist, ist auch die IDF und auch die Regierung, die Knesset, an diesem Propagandascheiß beteiligt. Welche Aufgabe hat denn wohl die Hasbara? Der Hasbara macht nichts anderes als Marketing. Wenn man es mal auf einen Begriff zusammenfasst. Und du bist ein verlängerter Arm der Hasbara. Nicht mehr und nicht weniger. Herzog scheiße. Du bist nämlich kein Jude. Du bist nur eine Marionette. Das ist Desinformation. Jener Deutsch. Desinformation Ayeb. Das ist ein Buch von Attentäter Ramzi Yusef. Ich weiß nicht, was der Titel ist. Wie wird man bessere Mujahideen oder so ein? Manche im Internet haben herausgefunden, was Herzog da zeigt. Haben sie dich verriert? Ein Bild von Vortrag von Terrorismus Forscher. James Forrest von Zeit der Zwanzig einfach geklaut. Okay, jeder will Massenvernichtungswaffen. Ich weiß nicht, was da drauf stand genau. In der heutigen Zeit, wo jeder Terrorist ein Handy hat. Weißt du, wenn solche Geschichten passieren würden, stell dir mal vor, du bist Mitarbeiter im Regierungsstab von Herzog und gibst ihm das Material und guckst ihm ins Gesicht und sagt, ja, das ist Terrormaterial von Hamas und der geht überhaupt sein. Ist nicht ein bisschen komisch, was du eine DIN-Affair-Blatt trägst. Die Kommunikation ist beschissen. Entschuldige, ich muss mal ganz kurz gucken, wie baut man diese Scheiße. Aber das ist das Gefährliche. Er hat da ein, zwei Punkte, die richtig sind. Die kannst du jetzt auch schlecht umwerfen. Aber das mit dem Archiv erkranken, also das sind ja alles Sachen, die jetzt nicht so relevant sind. Ach, das ist nicht relevant, dass der Präsident von Israels sich vor die Presse stellt und irgendwas von Al-Qaida und Daesh redet und das dann noch in Verbindung bringt, obwohl die nichts miteinander zu tun haben. Echt? Das ist nichts? Okay. Dass da irgend so ein Hampelmann Hagari durch die Gegend läuft und sagt, das ist Schichtplan der Terroristen. Nichts? Dass du rumläufst und sagst so, ja, wer hat denn die 30.000 Zivilisten alle ermordet? Weiß man das? Sind das wirklich alles Zivilisten? Ja, alles Kleinigkeiten, das kann man alles vernachlässigen. So, jetzt hier irgendwie so, Hamas-Leute, direkt mal, bann ich übrigens im Chat hier, das ist einfach so, die anderen kommen, die Kinder, die Kinder, das ist alles. Ja, genau, wenn man auf die Kinder hinweist, ist man laut Tobias Huch Hamas. Nicht relevant für die Diskussion. Kinder sind also nicht relevant für die Diskussion, da wissen wir ja, wo du stehst. Hast du ja in deinem Artikel auch dann mit Bravour bewiesen, ne? Die Menschen in Gaza sind nicht unschuldig, hast du ja geschrieben. Die, die nachgewiesenen Schwachsinnspunkte, wie diesem einem Soldat mit der, mit der Wochenplanung und dieser, dieser eine Soldat mit der Wochenplanung, das war Daniel Hagari, ein Flottenadmiral. Spiel das mal nicht runter, das ist der höchste Rang, den du kriegen kannst. Äh, ISIS, Plan, das ist alles irrelevant. Nein, ist es nicht. Das zeigt nämlich ganz genau auf, wie die IDF arbeitet. Man kann jetzt natürlich nicht pauschalisieren und sagen, alles, was die Israelis da von sich geben, sind gelogen, aber es gibt halt Hinweise darauf, dass die Weltpresse angelogen wird. Das ist ja passiert. Mehrfach. Das macht dein Freund übrigens auch. Arie Schalikar findet jeden Tag neue Tunnel, stellt sich dann davor, behauptet, die sind vier Kilometer tief und sagt dann eine Minute später, ja, aber wir waren noch nicht drin. Wenn er nicht drin gewesen ist und die nicht wissen, was die da erwartet, woher weiß er dann, dass die vier Kilometer lang sind? Das ist ja völliger Bullshit. Das sind ja alles keine Kriegsverbrechen. Also ist für dich nur relevant, wenn das Kriegsverbrechen sind, nicht wenn irgendwie Propagandamaschine angeworfen wird. Menschen verhungern zu lassen, sie von Trinkwasser abzuschneiden, sie forcible zu displacen, sind Kriegsverbrechen, mein Freund. Das sind massive Menschenrechtsverletzungen. Aber ein Angriff auf ein Krankenhaus, auf ein voll besetztes. Was Israel ja auch getan hat. Das ist ein Kriegsverbrechen. Ja, dann sind wir uns da mal endlich einig. Und das findet halt nicht statt. Hat ja stattgefunden. Und es ist sogar so umfangreich widerlegt, dass selbst Israel-Hasser sagen, ja, es stimmt. Ja, aber bei Kindersoldaten sagt er auch nichts. Das musstest du ja auch erstmal beweisen. Auf der Hammers-Seite. Guck mal, Tobias, das, was du nicht verstehen möchtest, ist, selbst wenn es unter den, sagen wir mal, 600.000 Kindern zwei, drei, viertausend Soldaten geben würde, was ist mit dem Rest? Irgendwie ist sein moralischer Kompass wirklich zerstört. Nur weil es drei, viertausend mögliche Kindersoldaten gibt, muss man doch nicht alle anderen 600.000 töten, oder? Geht nicht in die Hosentasche. Oh, ist rausgefallen, schuldige. Jetzt weißt du auch, wie man baut die Scheiße. Und was hat Hamas mit Al-Qaida zu tun? Zudessen, ja, Herzog versucht, ein paar Tage später nochmal ein bisschen Beweise zu zeigen. Das muss ja nicht Hamas sein, es gibt ja auch Al-Qaida-Gruppen in Gaza. Man, wen gibt es eigentlich in Gaza nicht? Hat man gefunden, eine... Also, könnt euch sicher sein, es gibt keine Al-Qaida-Gruppen da. Ein Buch, manche Leute kennen ein Buch, Mein Kampf von Adolf Hitler. Und wo hat man... Na, übrigens Bestseller in der arabischen Welt. Auch den Beweis bist du bis heute schuldig. In ein Kindersimmer. Oh, in ein Kindersimmer. Wurde vorher bombardiert, alles kaputt, aber das Buch ist noch da. Hm, Buch sieht gut aus. Fast wie neu. Ich bitte dich. Ja, aber das ist halt leider so. Das ist in Syrien ein Bestseller, das ist in Palästina ein Bestseller, das ist auch in der Türkei ein Bestseller. Gut, halt auf Türkisch. Das ist halt leider so. Stimmt leider nicht. Ich meine, in Gaza gab es einen Laden, der ist mittlerweile kaputt. Der heißt Hitler 2. In Jordanien wurde jetzt ein Restaurant eröffnet, das heißt 7. Oktober. Ja, wow. Krass. Einzelfälle. Deswegen kann man es auf alle beziehen. A few days ago in northern Gaza in a children's living room which was turned into a military operation base of Hamas on one of the on the body of one of the terrorists and murderers of Hamas and he even marked genauen Notizen gemacht und genau hier da. Ja, aber das ist ein Bestseller. Das kann man ja nicht bestreiten. Ich meine, mein Kampf ist Bestseller. Ja, wenn man es nicht bestreiten kann, warum postest du es da nicht oder verlinkst es wenigstens unter deinen Videos? Passiert ja nicht. In der arabischen Welt. Du behauptest das jetzt wieder einfach, so wie alles andere auch. Ist so, führt Bestsellerlisten an. Ja. Platz 1. Wer kennt sie nicht? Die palästinensische Bestsellerliste in Gaza. Adolf Hitler. Das einzige Buch, was da gelesen wird. Zwei die ganze Zeit. Leute, das ist unglaublich. Das ist unfassbar. Es wird übrigens gerade gesagt, der 7. Oktober wurde von jordanischen Behörden entfernt. Habe ich auch nicht anders erwartet, dass die da eingreifen. Aber es ist halt ein Problem. Zufälligerweise, man hat ein Buch gefunden. Kann natürlich auch gewesen sein, dass jemand vielleicht, eventuell kann sein, man weiß nicht, man war nicht dabei, aber vielleicht hat man jemanden dieses Buch da platziert. Was redest du denn da? Das ganze Haus ist zerbombt und ausgerechnet dieses eine Buch ist völlig unbeschadet und wie neu. Mann, Tobias, benutze deinen Schädel. Informiere dich nochmal, was die Bestsellerlisten anführt. Klar, Koran an der ersten Stelle, aber direkt danach kommt Mein Kampf. Ja. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Genau, Tobias. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Wer sehr mal lügt. Besonders dann, wenn er ohne Beweise spricht. Dem ist das scheißegal. Weil guck mal, für diese Leute effekt besser als Fakten. Mark Twain hat mal gesagt, eine Lüge ist bereits dreimal um die Erde gelaufen, bevor sich der Wahrheit die Schuhe anzieht. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Das ist unfassbar. Diese ganze Lügen ist einfach zu viel. Lügt mehr als meine Frau. Na jetzt im Ernst, das ist ein sehr hartes Thema. Vielleicht kannst du noch was sagen. Es gibt einen Fakt, der niemand bestreiten kann. Seit dem 7. Oktober sterben jeden Tag unschuldige Zivilisten in Gaza. Okay. Ja, für Tobias Hoch wissen wir ja, es gibt keine unschuldigen in Gaza, es sind alle schuldig. Jetzt werden die israelischen Zivilisten nicht erwähnt, das finde ich... Lieber Tobias, man muss nicht in jedem verfickten Video diese Zahl erwähnen und man muss sie auch nicht nennen. Wo steht das? Heftig. 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 Er erwähnt die 1200 Toten in Israel nicht. Heftig. Wir wissen, es wurden tausende Kinder, tausende Frauen getötet. Es wurden hunderte medizinische Kräfte, hunderte UN-Mitarbeiter, hunderte Journalisten getötet. Mehr als zwei Millionen Menschen wurden vertrieben. Es gibt faktisch keine Schutzzonen, weder im Norden noch im Süden. Das ist ja auch so. Das Völkerrecht wird tagtäglich mit Füßen getreten. Das stimmt auch nicht. Doch, das stimmt. Das stimmt halt auch nicht. Doch, das stimmt. Wir haben ja heute das Urteil. Genau, und da hat Südafrika geklagt, dann das ICJ hat gesagt, es sieht Anzeichen genozidalen Verhaltens gegenüber den Palästinensern und deswegen wird der Case nicht geschlossen. Da kannst du Fakten verdrehen und lügen, wie du möchtest. Man kann das ja dann im Original nachlesen. Das ist völkerrechtlich einwandfrei. Nein, ist es eben nicht. Auch wenn es immer wieder auch Sachen gibt, die nicht vom Völkerrecht gedeckt sind. Das sind dann Einzelfälle. Guck mal, er behauptet erst, es ist völkerrechtlich einwandfrei. Zwei Sekunden später sagt er, und selbst wenn es nicht vom Völkerrecht gedeckt ist, sind Einzelfälle. Ich will mich jetzt verarschen. Das Völkerrecht sagt ganz klar, dass die Anzahl der ermordeten Menschen gar keine Rolle spielt. Die Absicht ist das Ding. So, und wenn du zwei Millionen Menschen von Essen und Trinken abkapselst, einsperrst und beschießt, obwohl du Sicherheitszonen eingerichtet haben willst, dann sollte man sich ganz klar mal Gedanken darüber machen, ob das vom Völkerrecht wirklich gedeckt ist, denn das glaube ich nämlich nicht. Forcible Displacement ist ein Kriegsverbrechen. Zivilisten wahllos zu ermorden, und das scheint ja dann hier so der Fall gewesen zu sein, ist ein Kriegsverbrechen. Menschen Hunger auszusetzen, Durst auszusetzen, ist ein Kriegsverbrechen. Das kann er so schön reden, wie er möchte. Und ja, selbstverständlich ist der Raketenbeschuss von der Hamas nach Israel ebenfalls Verbrechen. Da brauchen wir uns doch gar nicht drüber unterhalten. Aber muss ich das jedes Mal dazu sagen? Das ist wirklich, er hat mit keinem Wort die Opfer des 7. Oktobers erwähnt. Muss er ja auch nicht. Das ist vielleicht deine Ansicht aus dem Zionismus heraus. Das kann ja nicht, wer hat ihn denn da gebrainwasht? So ist er doch gar nicht. Die Frage ist ja auch eher, wer hat dich gebrainwasht? Also wir hören gleich weiter, aber mal ehrlich, das ist sonst, Kaya ist ein super netter Kerl. Solange er deine Meinung hat, sobald er deine Meinung nicht merkt, ist er halt ein Arschloch. Das ist israelbezogene Antisemitismus. Das Video an sich ist randvoll mit Fake News. Nö, ist es nicht. Eben nicht. Und das ist das, was sich stört. Es ist eben nicht voller Fake News. Er sagt genau das, was Sache ist. Nein, aber es ist wirklich nett. Und er ist auch nicht dumm. Was ist da passiert? In was für einer Bubble ist der denn, dass er so abdriftet? Das ist ja, kommt mir so vor wie jemand, der unter Corona abgedriftet ist. Jetzt wird das schon zum Corona Schwurbler stilisiert. Nice. Weiß Kai ja nah das irgendwie drüber Bescheid? Vielleicht sollte man das mal irgendwie stecken. Dass Tobias Huch ihn hier mit so einem Corona Schwurbler vergleicht. Nein, das ist nicht seine wahre Seele. Klar. Warum macht er denn so ein Video, wenn er es nicht ernst meint? Danke, 5 Euro Je länger die Bombardierung und Bodenoffensive Israels andauert, desto mehr Menschen werden traumatisiert und auch radikalisiert. Nein, das stimmt auch nicht. Ist der dumm, der Tobias Huch, ehrlich? Nicht? Jeder Tag, den dieser Krieg andauert, wird neue Hamas-Sympathisanten hervorbringen. Das ist so. Nicht radikalisiert, das stimmt doch gar nicht. Doch. Je länger die Hamas die Geiseln bei sich behält, desto länger dauert es. Nein, das hatte ich im ersten Teil schon gesagt. Hätte die Hamas direkt im Oktober die ganzen Leute abgegeben, dann hätte Israel da alles kurz und klein geschlagen, weil es ja dann keine Geiseln mehr gab. Das muss man auch mal so sehen. Die müssen sich ja irgendwie schützen, auch wenn es Terroristen sind. Vor allem werden sie verletzt und getötet. Vielen ist nicht bewusst, dass ein Krieg nicht mit der letzten Bombe endet, die jemandem seine Liebsten nimmt. Er lebt in den Menschen weiter und sorgt für inneren und äußeren Unfrieden. Ich hoffe, wir sind alle nicht schon abgestumpft. Denn wenn wir unsere Smartphones zücken, tauchen wir in eine wilde virtuelle Welt ein, die uns in Sekundenschnelle mit Bildern konfrontiert, die viel zu weit von unserer eigenen Lebensrealität entfernt sind. Ja, aber Kaya, da bist du anscheinend Opfer von TikTok geworden. Mit selektiver Wahrnehmung. Naja, selektiver Wahrnehmung, das sagt ein Tobias Hoch, der seit Jahren selektiv wahrnimmt. Der übrigens die PKK feiert, während er die Hamas verteufelt. Kann mir das einer erklären? Komm bitte mit nach Israel. Ich sorge dafür, dass du dieses Video siehst. Das ändert doch nichts daran. Und ich sorge dafür, dass wir nach Gaza reingehen. Du bist doch schon bei deinem ersten Aufenthalt nicht reingekommen. Das kann doch nicht wahr sein. Mit keinem Satz? Das werden die israelischen Opfer erwähnt. Das ist auch nicht das Thema des Videos. Es wird nur relativiert und behauptet das ein Fake News. Ich hab's doch gesehen. Nein, hast du nicht. Ich war doch vor Ort. Ich hab doch die unveröffeligen Aufnahmen, die GoPro Aufnahmen, der Hamas gesehen. Ja, echt? Gibt's da irgendwelche Beweise dafür, dass du das gesehen hast? Nein, gibt's nicht. Das ist das Problem von TikTok. Intelligente Menschen fangen auf einmal an, so einen Unsinn zu reden. Aber das ist echt. Das passiert gerade wirklich. Echte Bomben töten echte Menschen. Die Hinterbliebenen zittern, schreien und weinen. Während unsere führenden Politiker und Medien das alles mit Selbstverteidigungsrecht ist. Nein, das sagt auch der Internationale Gerichtshof. Die haben ja auch gesagt, dass Israel Recht auf Selbstverteidigung hat. Haben wir auch gesagt, dass Israel Grenzen aufzeigen muss. Heute entschieden. Also, das lässt du mal wieder raus. Drei Stunden vor deinem Video rechtfertigen. Da ist eine Mutter, die sich wünscht, nochmal die Stimme ihrer toten Tochter zu hören. Ein Vater, der nicht fassen kann, dass sein Sohn aus dem Schlaf nicht mehr aufwachen wird. Ja, und eine Shani Luke, die nur feiern wollte. Siehst du, relativiert ja wieder, aber auf Israel ist wieder Whataboutism. Aber in Israel gibt es auch Todesopfer, ja wissen wir. Und dann abgeschlachtet und geschändet wurde in Gaza. Siehst du, Emotionalisierung. Tobias Huch darf das, Karjana darf das nicht. Eine Tochter, die sich wünscht, statt ihrer Mutter getötet worden zu sein. Ein Grund. Ja, genau. Das hast du aber verwechselt, Kaya. Das siehst du in meinem Text, das ist in den unveröffentlichten Aufnahmen. Ach, in dem Text, den du abgeschrieben hast von anderen Leuten, ja, cool. Da sind zwei Kinder, zwei israelische Kinder. Ah, jetzt kommt wieder die Emotionalisierung. Ich weiß, du erwähnst die nicht. Du erwähnst überhaupt nicht die Opfer. Muss man ja auch gar nicht. Wo steht das? Auf der israelischen Seite. Muss man auch nicht. Du erwähnst in deinen Hass-Videos, die du veröffentlichst, wenn du solche Reaktionen machst. Auch nicht die muslimische Seite, die palästinensische Seite. Das sind alles Fake News, alles Hamas-Terroristen. Dein x Twitter ist voll davon. Voll mit Hass gegen Muslimen, voll mit Hass gegen Menschen aus Gaza. Und du sitzt jetzt hier, du erwähnst die Opfer aus Israel nicht, ja und? Wer gibt dir überhaupt irgendwelche Befugnisse, das zu kritisieren, wenn du es selber nicht hinkriegst, Menschen aus Gaza als Opfer zu sehen und sie zu benennen? Ein Vater flieht mit seinen zwei kleinen Jungs, ich würde sagen, der Vater, die Kinder und noch mit einem Auge seid, warum wenn du mitkommst nach Israel? Also ich habe das jetzt übersprungen, weil ich gebe so einem pseudo-emotionalen Gesülze keine Bühne. Guckt euch die Berichterstattungen von seriösen Journalisten an und lasst den Quacksalber labern. Großvater, dem die israelischen Bomben 27 Familienmitglieder genommen haben. Das ist übrigens auch Richtung Issam Bayan und Ahmad der Fall. Die beide in die Zähnen, in die 20er, 30er Opferzahlen auf der Familienseite haben. Interessiert Tobias Huch ja auch nicht. Keiner von ihnen hat er etwas mit der Hamas zu tun. Nichts davon hat er etwas mit Selbstverteidigung zu tun. Das behauptest du jetzt einfach. Es ist unglaublich. Ach, finde ich ja lustig, dass gerade du, der jetzt hier seit fast zwei Stunden nur irgendwelche Behauptungen in den Raum stellt, anderen vorwirfst, das einfach nur so zu behaupten. Dann beweis doch das Gegenteil, wenn du kannst. Das ist einfach nur noch entsetzlich, was er da von sich gibt. Nein, das ist die Wahrheit. Während du auf Twitter und X schreibst, Hamas gleich Gaza, Gaza gleich Hamas, versucht er das zu differenzieren und zu sagen, was haben die Menschen mit Hamas zu tun. Das wäre so, als würde man deine Eltern jetzt dafür verurteilen, dass du ein Steuerhinterzieher bist. Aber du bist doch derjenige gewesen, der die Steuerhinterzieher hat, nicht dein Vater, oder? Das ist so tief menschenverachtend. Ja, wir wissen, dass du menschenverachtend bist, ist ja in Ordnung. Nie wieder ist jetzt und für alle. Nie wieder ist jetzt? Wie bitte? Kayayana sagt gerade, dass ein Holocaust stattfindet? Echt? Hat er nicht gesagt, mit keinem Wort. Er bezeichnet die Verteidigung Israels mit dem Holocaust an sechs Millionen Juden? Nein, das hat er auch nicht gemacht. Tobias Huch verbreitet hier gerade Fake News und verleumdet Kayayana, weil er das nicht gesagt hat. Komm, noch ein bisschen mehr Schauspielerei mit deinen Psycho Augen. Weil Tobias Huch tut ja so, als wenn dieser Ausspruch nie wieder ausschließlich für Juden benutzt werden darf. Das ist ja Bullshit. Das gibt doch für jeden Menschen auf der Welt. Alter. Alter. Macht er jetzt Harblosung und Relativierung des Holocaust oder was? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es wäre besser gewesen, du hättest gar nichts gesagt. Das ist Holocaust Relativierung. ist es nicht. Der relativiert den Holocaust in Bezug auf Gaza nie wieder ist jetzt und das ist nicht die Kunst Figur. Ach so, wäre es die Kunst Figur gewesen, wäre das wieder egal, was für ein Schwachsinn. Ich meine das würden noch nicht mal Leute, die eine selektive Wahrnehmung haben, wie zum Beispiel Ahmad oder sowas, das würde der niemals von sich geben. Niemals. Niemals. Was ist denn daran schlimm, wenn man sagt, nie wieder ist für alle? Das ist doch was Gutes. Kaya, bevor wir nach Israel gehen, besucht doch mal Auschwitz. Besucht doch mal ein KZ. Wir wissen doch, was damals passiert ist. Das leugnet doch niemand. Diese gespielte Empörung ist echt beschämend und unangenehm. Wirklich eklig. Boah. Oder Dachau oder Bergen-Belsen oder irgendein. Diese gespielte Empörung Richtung Israel und Juden ist echt ekelhaft. Das nimmt ihm doch keiner ab, der bei Verstand ist. Kommt da noch, es sind nur noch fünf Sekunden, aber oder acht. Deshalb fordere ich Waffenstillstand. Jetzt. Wie kommentieren die Leute das denn? Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein am Ende. Doch. Warum auch nicht? Und da werden die Leute, das ist TikTok-Qualität, das ist Manipulation und... Dass er gerade von Manipulation spricht, finde ich geil. Der seit zwei Jahren, seitdem er hier wieder ein bisschen mehr Content auf YouTube bringt, nur am Lügen und am Labern ist. Finde ich geil. Schwachsinn. Das ist Fake News. Nö. Kein Stück. Er hat nämlich beide Seiten gezeigt und wenn hier ein Darkness schreibt, extrem einseitig und schlecht, das stimmt ja gar nicht. Er hat gezeigt, dass die James lügt und er hat auch gezeigt, dass die EDF genauso lügt. Komisch. Das wird jetzt gar nicht honoriert. Das war das erste Mal, dass ein Video, egal von welcher Seite, tatsächlich von beiden Seiten alles aufzeigt, was schiefgelaufen ist. Aber okay. Und Israel will den Waffenstillstand, nur die Hamas will ihn nicht. Netanjahu hat gesagt, er wird auch niemals eine Zwei-Staaten-Lösung akzeptieren. Was hältst du denn davon? Das heißt, dieser Konflikt wird ja dann immer auf Dauer weitergehen. Warum? Auf einem Kanal mit 200.000 Abonnenten? Ja, Sensor-Deal. Eine Holocaust-Relativierung? Das war keine Holocaust-Relativierung. Er hat nicht gesagt, dass der Angriff Israels genauso schlimm war, wie das Vernichten der Juden zum Zweiten Weltkrieg und vorher. Das wäre eine Relativierung gewesen. Hat er aber nicht. Er hat nur gesagt, nie wieder erst jetzt und zwar für alle. Was auch richtig so ist. Ich weiß nicht, wo dein Problem ist. Du Menschenrechtsaktivist. Kommt da noch was? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Dann halt doch mal zur Abwechslung deinen Mund. Ich habe mit vielem gerechnet. Ich dachte, okay, da wird vielleicht mal ein, zwei Patzer drin sein. Patzer? Aber dieses Video ist wirklich gefährlich und schürt zum Judenhass an. Schürt zum Judenhass an. Die Wahrheit ist also Judenhass. Find ich cool, dass Tobias Huch hier mal wieder sein Framing auspackt. Natürlich ist die Wahrheit kein Judenhass und stachelt auch nicht dazu an. Sondern die Wahrheit ist eigentlich das, was jetzt in den letzten drei Monaten sehr, sehr oft verloren gegangen ist auf beiden Seiten. Und dieses Video zeigt eben beide Seiten auf und dementsprechend sollte man hier vielleicht auch mal langsam die Doppelstandards weglassen. Was? Gerade, gerade er, gerade Tobias Huch, der mit Doppelstandards auf die Welt gekommen ist und erzählt, dass die PKK keine Terrororganisation ist und dass man das Betätigungsverbot falsch gewählt hat und dass es out of date ist und man müsste die PKK wieder zulassen. der Typ möchte eine Terrororganisation wieder legalisieren. Genau der gleiche Typ erzählt für Israel das ist Selbstverteidigung und sagt Hamas ist ganz furchtbar böse. Also entweder bist du auf dem Standard und sagst alle Terrororganisationen sind böse, auch die, die als solche geframed und verboten sind oder du hältst dein Maul. Es gibt keine guten Terroristen. weder in Israel noch in deinem Kurdistan in Rojava oder so. Gibt's nicht. Und da solltest du vielleicht auch deine Leute mal vernünftig aufklären, dass du ein Heuchler bist. PKK ist gut, Hamas ist schlecht. Geht nicht. Es geht nur Hamas PKK gut oder Hamas PKK schlecht. Denn auch die Türkei ist ein Land wie Israel, das sich gegen eine Terrororganisation zur Wehr setzt. Das wird aber regelmäßig geframed als Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen, ethnische Säuberung und was dir nicht noch alles einfällt. Aber Israel, oh Gott bewahre, wenn das der Jude macht, nein. Der Jude macht keine ethnischen Säuberungen, der Jude möchte auch hier nichts Böses, der möchte ja nur die bösen Terroristen vertreiben und ermordet halt dann 10% der Bevölkerung in Gaza. Ja, okay. Menschen, die glauben, die sind Quatsch. Es sind natürlich 1%, nicht 10%. Es ist ja schlimm genug, dass es 77.000 Idioten gibt, die Tobias Such folgen und glauben, dass das, was er erzählt, die Wahrheit ist. Weil er war ja schon mal in Israel, da kann er nicht lügen. Das am Ende mit nie wieder ist jetzt auf Gaza zu beziehen, Alter. Ja, guck mal, Tobias Hoch ist auch eine der Personen, die am 7.10. hängen geblieben sind, ne? Die ganzen 80 Jahre vorher sind dem scheißegal. Das wird, dieses Video erzeugt so viel Hass, weil Leute sich bestätigt fühlen in ihrem Hass auf Juden. Das hat auch mit Hass nicht zu tun, wenn man zeigt, guck mal, da hat er gelogen, da hat er gelogen. Das ist Desinformation. Das ist doch absolut richtig. Und genau das mache ich ja mit dir auch. Ich habe schon so viel Scheiße von dir auseinandergenommen, deswegen hast du mich ja. Weil ich die Wahrheit erzähle, hast du mich ja. Und deine komischen Follower auch. Weil die nämlich Angst haben, dass ihre Blase zerplatzt. diese, guck mal, seine, seine komischen Follower hier. Anklagen! Verklagen! Juristische Fallhöhe ist da! Meine Güte. Ich habe keine Ahnung. Also wirklich, ich kann da nicht mehr viel zu sagen. Also ich bin schockiert, enttäuscht, extrem enttäuscht. Das heißt, Feastfire now ist es. Kannst du dich dann mal für eine Aussprache entscheiden? Du hast am Anfang des Videos gesagt, Casefire. Und jetzt sagst du Ceasefire, aber mobst dann den Attila, Maestro, wenn er sagt, Bethlehem. Dabei kannst du Bethlehem ja selber nicht aussprechen. Die hebräische Aussprache ist Bethlehem. Sollest du doch eigentlich wissen als Superjude, der du gerne wärst, aber nicht bist. So, ich glaube, wir brechen das Video jetzt hier auch ab, weil da kommt nicht mehr viel. Es sind jetzt tatsächlich zwei Teile jeweils eine Stunde geworden. Hardcore-Reaktionen auf Tobias Huch, der ziemlich viel Scheiße gelabert hat und mal wieder aus der Hüfte heraus die Fake-News verbreiten wollte und nicht damit klarkommt, dass es Menschen gibt mit einer großen Reichweite, die die Wahrheit erzählen. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, was ihr so von Kai Janars Video haltet, was ihr von meinem Video haltet, was ihr von Tobias Huch haltet. Ich freue mich über jeden Like, jeden Kommentar und verbreitet das Video, wenn es euch gefallen hat. Ich bin raus, bedankt mich und wir sehen uns im nächsten Video, wo wir dann über Artikel reden werden, die Tobias Huch so verfasst hat und ich bin raus. Bis dann.